Revolution ist nicht eine Sache von Tagen, wo geschossen wird und Auseinandersetzung stattfindet. Revolution ist ein langer, langandauernder Marsch und Prozess, um die Schaffung von neuen Menschen, die fähig sind, nicht eine Clique durch eine andere zu ersetzen nach der Revolution, sondern massenhaft Demokratisierung von unten, bewusste Produzentendemokratie entgegenzusetzen, bürokratische Herrschaft von oben. An diesem Kampf habt ihr weiter zu arbeiten, in diesem Kampf habt ihr eure Bedürfnisse zu entfalten und in diesem Kampf ist jeder beteiligt, wo er auch immer sich in dieser Welt befinden mag.